Nun ist es wieder soweit. Tausende Privatanleger verlieren quasi über Nacht ihre vermeintlich sicher angelegten Gelder. Die YouTuber und Influencer auf Instagram, die dafür geworben haben, entschuldigen sich, sprechen über ihre eigene Blindheit, zeigen, dass sie ja auch Geld verloren haben und werben zeitgleich für das nächste dubiose Projekt. Traurige Welt. Hey, mein Name ist X7 und heute sprechen wir über die Crowdfunding-Plattform Juicy Fields, die Werbenden, die Verantwortung als Influencer oder Finfluencer und zu guter Letzt Tipps, wie du Betrug erkennen und dich davor schützen kannst. Legen wir los. Für alle, die nicht wissen, was Juicy Fields ist, hier kurz die Erklärung. Juicy Fields sieht sich selbst als Crowdfunding-Plattform an, die es jedem ermöglichen sollte, mit dem Anbau von medizinischem Cannabis von dem Wachstum des Marktes zu profitieren. Zur Auswahl standen verschiedene Pflanzen, die unterschiedliche Renditen einbringen sollten. Renditeversprechen von 30 bis zu über 300 Prozent je nach Pflanze, die bis zu 2000 Euro pro Stück kosten sollten, lockten viele auf die Plattform. Klingt doch fishy, oder? Ja, aber die Gier nach schnellem Profit. Die Unerfahrenheit mit Finanzprodukten einiger Anleger und die massenhafte Werbung von einigen Influencern überzeugte dann eben doch den einen oder anderen. Es schien ja auch kinderleicht. Man meldet sich an, überweist Geld, sucht sich Pflanzen aus und sieht die Erträge mit der Zeit in seinem Konto sprießen. Es dauerte zwar einige Zeit, bis die Pflanzen wachsen, aber das haben ja andere Vereine übernommen. Irgendwann kam das Geld auf dem Konto an. Also alles gut, investieren wir mehr Geld. Ist kinderleicht und sicher? Also wo ist das Problem? Solche vermeintlich sicheren Projekte mit hohen Renditeversprechen klappen immer eine gewisse Zeit. Frühe Investoren werden mit dem Geld der neuen Anleger ausbezahlt. Ein klassisches Schneeballsystem also. Das geht gut, bis dann irgendwann das Geld ausgeht, man sich nicht mehr einloggen kann, die Social Media Accounts der Plattform verschwinden und keiner mehr verantwortlich ist. Was bleibt übrig? Zahlreiche Privatanleger, denen ein Totalverlust droht, und Influencer, deren Image Brüche bekommt. Dazu später mehr. Ich persönlich bin bereits im Mai 2021 auf Juicy Fields gestoßen, nachdem mich einige Zuschauer, aber auch Influencer auf Instagram über das lukrative Geschäftsmodell angeschrieben haben. Geplant war sogar ein Video über diese Masche, ähnlich wie mein Video über das B-Network. Entstanden ist es allerdings nicht, weil ich nach einiger Überlegung nicht über den Anbau von Cannabis auf meinem YouTube-Kanal reden wollte, ich selbst Teil dieses Netzwerks hätte werden müssen, um genauer darüber zu berichten, und ich der Plattform keine Reichweite geben wollte. Zugegebenermaßen hatte ich auch Respekt vor Abmahnungen oder eine Anzeige wegen Rufschädigung. Aufhänger dieses Videos sollte übrigens ein Chatverlauf zwischen mir und einer größeren Influencerin werden, die ihrem kompletten Account Juicy Fields gewidmet hat und in ihren Storys gezeigt hat, wie schnell man damit Geld verdient. Überall waren natürlich auch Affiliate-Links zu finden. Unser Gespräch verlief wie folgt. Hey, ich hoffe, du bist dir den Risiken von Juicy Fields und den Anzeichen eines Scam-Sponsy-Schemes bewusst. Du sprichst aus Erfahrung? Ja, ich habe schon einige Erfahrungen mit solchen Geschäftsmodellen gemacht. Kurze Anmerkung, über die Jahre erkennt man solche Modelle ziemlich schnell. Und Juicy Fields erinnerte mich an BitConnect, einem Krypto-Schneeball-System aus 2018. Zurück zur Nachricht, ihre Antwort, no risk, no fun. Mir fehlten ehrlich gesagt die Worte. Investiert man in ein solches Projekt nur mit seinem eigenen Geld auf eigene Faust, ist diese Einstellung schon mehr als fragwürdig. Macht man dieses Investment aber öffentlich und wirbt andere dafür, ist das grobe Fahrlässigkeit. Der Account heute? Gelöscht. Merkwürdig. Wir müssen bedenken, dass ich diese Zweifel bereits vor über einem Jahr hatte und gestern dann erst mitbekommen habe, dass es sich vermutlich um einen Exit-Scam handelt. Wow, was für eine Überraschung. An dieser Stelle möchte ich kurz auf die Geschädigten eingehen. Sowas ist natürlich schrecklich und ich wünsche jedem von euch, dass eine Sammelklage zustande kommt und ihr die Gelder oder einen Teil davon wiederbekommt. Geld ist ein sensibles Thema und nicht jeder mit Reichweite geht damit leider vernünftig um. Kommen wir zu den Influencern. Und ja, ich bin auch einer von ihnen. Auch wenn ich mich nie als Finfluencer bezeichnen würde, dieser Begriff ist ja mittlerweile ziemlich negativ konnotiert, verständlicherweise. Beginnen wir auf Instagram. Gerade inmitten des Corona-Crashes boomten plötzlich die Finanz-Instagram-Accounts. Plötzlich konnte jeder die besten Aktien-Tipps geben und sprach über Finanzen. Daran ist auch erstmal nichts auszusetzen. Es ist wichtig und schön, dass die Deutschen endlich mal offener über Kapitalanlagen reden. Problematisch ist der Umgang auf Instagram. Klar, auf Instagram gibt es viel Hate, viel Bodyshaming und Rassismus. Aber in der Finanzszene scheint jeder der beste Freund von jedem zu sein. Sehr stark Feuer Emoji oder super Beitrag Feuer Emoji liest man immer wieder. Ich kam mir vor, wie im Jahr 2010, als jeder auf YouTube Sub for Sub oder Like for Like gespammt hat. Dass dann Bilder, auf denen zu sehen ist, dass man innerhalb eines Jahres die Dividende von 29 auf 78 Cent gesteigert hat, über 100 Likes bekommt, ist ein wenig schmunzelhaft. Schwierig wird es dann aber, wenn Accounts groß werden, mehr Reichweite erhalten und für fragwürdige Projekte werben. Wodurch sie viel Geld verdienen und andere viel Geld verlieren. An dieser Stelle möchte ich kurz anmerken, dass es natürlich auch einige sehr gute Finfluencer gibt und einige Kooperationen auch durchaus sinnvoll sein können. Bevor wir zu den YouTubern kommen, die für Juicy Fields geworben haben, möchte ich kurz aus meiner Erfahrung als YouTuber der Finanzvideos erstellt sprechen. Mein Finanzkanal ist bei weitem nicht groß. Die Kooperationsanfragen sind dafür aber gewaltig und kommen täglich rein. Budgets im hohen dreistelligen bis vierstelligen Bereich für einen 20-Sekunden-Clip sind da keine Seltenheit. Gerade die riskanten und fragwürdigen Projekte bezahlen natürlich die höchste Provision. Das geht in alle Richtungen, von CFD-Anbietern über Crypto-Trading-Bots und Copy-Trading bis zu NFT-Drops. Die Verlockung ist also groß, wenn man mit einer einzigen Kooperation im Monat mal eben ein paar tausend Euro machen kann. Wie hoch die Provision war, die Influencer für die Erstellung von Juicy Fields-Content erhalten haben, weiß ich natürlich nicht. Was feststeht, ist aber, dass jeder, der Content darüber erstellt und auf seinen Affiliate-Link aufmerksam gemacht hat, dadurch den ein oder anderen Euro erhalten hat. Wie anfangs erwähnt, wird das Thema aktuell sehr stark diskutiert. Die Zuschauer sind ratlos und brauchen ein Update des Influencers, der sie zu Juicy Fields gebracht hat. Ich werde jetzt auf kein konkretes Entschuldigung-ich-war-so-blind-Video eingehen, sondern möchte nur einige Punkte anmerken. Erstens, jeder macht mal Fehler oder wird mal getäuscht. Aber wer solche offensichtlichen Anzeichen eines fragwürdigen Geschäftsmodells nicht erkennt und dafür mit seinem Namen wirbt, sollte vielleicht überdenken, ob er öffentlich wirklich über Finanzprodukte sprechen sollte. Zweitens, als Influencer trägst du eine Verantwortung. Gerade als Finfluencer, der Menschen dazu bewegen kann, sehr viel Geld in etwas zu investieren. Ein Disclaimer, also ein Hinweis darauf, dass man auf eigenes Risiko handelt und es sich um keine Anlageberatung handelt, ist kein Freifahrtschein, Werbung für fragwürdige oder hochriskante Projekte zu machen. Und drittens, in einigen Videos sprechen die YouTuber darüber, dass sie natürlich auch Geld verloren haben. Teilweise wird von hohen fünfstelligen Summen gesprochen, was mich an dem Risikoprofil dieses Anlegers schon zweifeln lässt. Vergessen werden darf aber nicht, dass die geschädigten Werbenden, die mit Sicherheit wirklich auch Geld verloren haben, Erstens, mit den YouTube-Videos über Juicy Fields Geld verdient haben, also durch die Werbung von YouTube. Zweitens, gegebenenfalls extra Provisionen für die Erstellung von Content bekommen haben. Und drittens, ein Großteil des investierten Geldes durch die Zuschauer finanziert wurde, also durch die Affiliate-Provision. Wodurch unterm Strich natürlich Geld verloren wurde, aber in den meisten Fällen eben nicht das eigene, wodurch für alle Werbenden, also für die Influencer, das Risiko deutlich reduziert wird, da sie ja selbst beim Exit-Scam kaum eigenes Kapital verlieren. Zu guter Letzt möchte ich noch einige Tipps geben, damit du in Zukunft nicht auf einen Scam oder falsche Renditeversprechen reinfällst. Erstens, merke dir, dass dir keiner einfach Geld schenken will. Zweitens, wenn ein Geschäftsmodell dir verspricht, kinderleicht Geld zu verdienen, scheint es einen Haken zu geben. Drittens, wenn etwas so wirkt, als wäre es zu gut, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch wirklich so. Viertens, hohe Renditeversprechen sind Red Flags, gerade wenn zweistellige Renditen versprochen werden. Fünftens, hohe Renditen können dir nie garantiert werden. Sechstens, wenn auf der Website des Projekts nicht von Risiko gesprochen wird, oder wenn dir ein Influencer Rendite ohne Risiko verspricht, scheint etwas nicht zu stimmen. Siebtens, schau dir immer das Impressum an. Überprüfe die Vita der Geschäftsführer. Teilweise wird hier mit gefakten Identitäten gearbeitet. In einigen Fällen gibt es gar kein Impressum. Und manchmal sind es leider aber auch echte Leute, die nach dem Exit-Scam untertauchen. Achtens, bilde dir deine eigene Meinung und vertraue keinem blind. Denke kritisch, hinterfrage das Motiv des Werbenden. Neuntens, investiere niemals dein gesamtes Kapital in ein Projekt, über das du nicht viel weißt. Auch wenn durch Videos und Newsletter der Anschein erweckt wird, dass transparent gearbeitet wird, sind Crowdfunding-Projekte nicht ohne Grund eine sehr riskante Anlageklasse. Und zehntens, meide am besten Crowdfunding oder andere Projekte, wo du angeblich kinderleicht dein Geld vermehren kannst und investiere lieber in ein oder zwei ETFs. Damit kannst du nämlich wirklich ein kleines Vermögen aufbauen und musst nicht bangen, dass du irgendwann nicht mehr an dein Geld kommst. Naja, außer die Welt geht unter, aber wer braucht dann noch Geld? Das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen Geschädigten nur das Beste und hoffe, dass ihr aus dem Fehler lernt. Und von allen Werbenden hoffe ich, dass sie in Zukunft alle Kooperationen stärker hinterfragen oder sich aus der Branche komplett zurückziehen. Die Finanzbranche ist super spannend und einige Finfluencer machen wirklich einen tollen Job und werben nur für gute Produkte. Da ist es schade, dass einige den schlechten Ruf der Szene noch fördern. Ich hoffe, euch geht's gut und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.